In dem Video, wo Markus mich in einen Battlekasten eingesperrt hat, haben so viele geschrieben, ich soll auch einfach meine Enderperle benutzen. Also, ungelogen, gefühlt jeder zweite Kommentar bestand daraus. Nur das Problem war, dass ich zweieinhalb Herzen hatte und wenn man eine Enderperle wirft, bekommt man genau zweieinhalb Herzen Schaden. Und ein zweiter hat geschrieben, ich soll mich einfach rausbauen und tatsächlich hätte das geklappt. Denn bis Markus das Obsidian abgebaut hat und die Loren auf mich drauf gefallen wären, wäre ich schon längst weg. Nur muss man das in dem Moment erstmal raffen.